Im Großhandel bei Metro gibt's jetzt Vegan Feta und Vegan Parmesan. Das habe ich mir total gefreut und möchte das mit Dir zusammen erstmalig testen. Ich bin mega gespannt weil ich die Firma auch überhaupt nicht kenne. Vielleicht kennst Du die VioLife. Wenn Du sie schon kennst, dann weißt Du jetzt schon mehr als ich. Parmesan und Feta, zwei Produkte, die derzeit Parmesan gibt es schon in ganz gutem Ersatz habe ich leider nicht mehr da, in so einer Dose, der schmeckt ganz gut, aber noch nicht in so einem Block. Und Feta sowieso ist eine absolute Nullnummer bisher. Und beim Feta bin ich ehrlich gesagt auch nicht, also meine Erwartungshaltung ist total tief, weil da habe ich alles was ich probiert habe. Und vor allem die Leute, die haben mir dann immer so gesagt, boah und das ist richtig gut und das ist richtig gut und dann jedes Mal enttäuscht wurden und deswegen mal sehen wie der Feta hier ist. Er kostet relativ viel Geld, ich war im Großhandel und es kostet 4,69€ der Feta und der ähnlich. Also richtig richtig preisintensiv. Bei beiden ist Vitamin B12 mit integriert. Wunderbar. Freue ich mich. Als erstes nehmen wir ein Stück Brot, das kann auf jeden Fall nicht falsch sein und dann probieren wir das aus. Also als erstes nehme ich einfach den Feta an und anfassen und tut er sich wie ein Feta. Also die Konsistenz ist meistens immer so ein Stück fettiger als beim echten Feta und nicht so bröselig. Mal sehen wie die das jetzt hier gelöst haben, BioLive ist auf jeden Fall auch in Salzlager auf jeden Fall. So. Geruch ist eins zu eins wie Feta, aber das hatte ich auch schon mal. Ich bin gespannt. Konsistenz ist auch wieder dieses fettiger als habe ich es schon fast vermutet, aber vielleicht ist der Geschmack endlich mal ein bisschen besser. Schmeckt gut, schmeckt wie so ein Schmelzkäse von früher. Also diese billigen für 90 Cent, diese Schmelzkäse, eins zu eins kannst du sagen. Das heißt nicht so viel mit Feta zu tun. Riecht wie Feta schmeckt wie Schmelzkäse. Wer den Schmelzkäse geliebt hat, der würde sich freuen, da hat er hier eins zu eins Ersatz. Ich würde es nicht nochmal kaufen. Egal. Haben wir es probiert. Pamsan. Naja. Ist eigentlich traurig, nach so vielen Jahren, nach 4-5 Jahren, seitdem es die große vegane ist, dass es immer noch niemand geschafft hat einen Feta herzustellen. Also wahrscheinlich ist der Markt noch zu klein dafür, weil ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier einen Frischkäse gemacht. Der ist 1A. Ich habe es schon einige kosten lassen, die nicht vegan sind. Und wir haben gesagt, der Frischkäse schmeckt gigantisch. Der schmeckt mindestens genauso gut wie jeder normale andere Frischkäse. Und es ist total einfach selber gemacht. Mega einfach. Freut euch total auf das Rezept. Jetzt freue ich mich erstmal auf den Feta. Den Parmesan. Wow. Das haben wir richtig heftig eingepackt. Frustfreie Verpackung würde ich sagen. So. Okay. Parmesan. Riechen tut auch wie Parmesan. Aber mit Aromen kann man sehr viel machen, was Riechen angeht. Aber schmecken ist dann eine ganz bessere Liga. So. Die Konsistenz. Schauen wir mal den wie man den Parmesan hat. Er ist etwas weicher als ein Parmesan. Er lässt sich abbrödel und natürlich auch ein bisschen reiben. Aber der ist ein bisschen fettiger. Na fettiger weiß ich nicht. Aber der ist nicht so bröselig. Genau dasselbe wie hier. Schmeckt vor allem sehr salzig. Schmeckt salzig. Hat so ein leichtes Parmesan-Aroma in der Nase. Aber vorrangig mit einem salzigen Geschmack. Das schmeckt wie ein Schnittkäse. Wie ein ganz normaler Schnittkäse. Wie ein etwas älterer Gouda würde ich sagen. Es schmeckt wie ein etwas älterer Gouda. Und das ist ein schöner Schnittkäseersatz. Und das ist ein schöner Schmelzkäseersatz. Aber das ist leider kein Parmesan und das ist kein Feta. Also auch kein Ersatz, was nicht schmeckt. Das schmeckt gut. Ich freue mich auch. Ich werde das genießen Stück für Stück. Aber es ist leider 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 wieder mal kein richtiger Feta. Hast Du die Produkte von Viola habe ich schon probiert. Und ja dann vielleicht kranz die ja mir auch noch. Aber ich habe glaube ich alle Fetas schon ausprobiert. Also als Parmesanersatz finde ich diese Flocken von irgendeiner italienischen Firma bei Kaufland. Die finde ich total gut. Kosten 2,95€ und die schmecken ganz gut. Aber da brauchst Du ganz schön viel davon. Sehr preisintensiv. Aber die schmecken nach Parmesan. Der hier schmeckt echt wie ein guter älterer Schnittkäse. Und das hier wirklich 1 zu 1 wie das Schmelzkäse von früher. Wunderbar. Auch die Konsistenz stimmt ungefähr ein bisschen fester. Also schreib mir in die Kommentare was bei Dir bisher so abgegangen ist bei Parmesan und beim Federkäse. VioLife ich würde sagen 4 minus bei dem Preis 5 Plus. Ja 5 Plus trifft es besser. 5 Plus Schulnotensystem. Wir sehen es in den Kommentaren. Was man auch sagen muss ist die Verarbeitung hier von dem Parmesan der ist wirklich sehr sehr nah am Original. Und ja also ich probiere jetzt nochmal die Nudeln mit Parmesan. Bleibt dabei Schnittkäse. Aber es riecht ein bisschen so. Geschmack ist nicht so. Ist wie ein guter schöner Schnittkäse. Ist ok. Ist echt ok. Aber 4,50€ ist nicht einfach. Nein. Schrei. Also ist es kein Arschterversussussussussussussussussussussussusssss.